JT 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 Ich wollte dir nur sagen, wie unglaublich viel mir deine Arbeit bedeutet. Kannst du dein Geheimnis bewahren? Wer ist dieser Junge? Jeremiah Terminator Leroy Dann ist JT sowas wie dein Pseudonym. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, du hast so Ähnlichkeit mit ihm. Und ich finde, die Leute müssen ihn jetzt sehen. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich lebendig. Du bist endlich hier. Schön. Sind sie wirklich der, der sie vorgeben zu sein? Sind sie wirklich der, der sie vorgeben zu sein? Was? Das war total JT. Wir sind alle nur wegen dir. Hier genießt die Aufmerksamkeit. Aber wenn ich mit all den Reden muss mit JTs Fans als JT, dann wir spielen uns die Bälle zu. Du machst das perfekt. JT, hast du das Buch bekommen, das ich dir geschickt habe? Ja, das haben wir gelebt. Aus welchem Grund antworten sie immer für ihn. Kannst du glauben, dass das alles hier wirklich passiert? Wenn dich rausstellen sollte, dass diese ganze Nummer Bullshit ist, dann bin ich echt am Ende. Bitte, sag mir, dass du wirklich diese Bücher geschrieben hast. Du hast all diese Identitäten in dir. Bitte, das ist deine Zeit. Finde raus, wer du bist, deine. Du bist deine. Tschüss. Und manchmal zu strecken Disp mener,